Shit. Ich weiß gar nicht, ob Feuer denen mehr ausmacht. Aber ich habe echt ein Problem. Ich muss es ganz schnell herstellen. Die checken ihr gerade nicht, wo ich bin. Aber ich glaube, gegen die nehme ich die normale Waffe. Oh Mann. Jetzt habe ich so viele aufgescheucht gerade. Shit. Also das ist, glaube ich, der Fette. Und hier streuen noch ein paar Kleine rum. Stimmt, wenn ich sie scanne, sehe ich ja auch was denen schadet. Das war das Rohr. Da steht nichts. Da steht nur Körper. Ah, ihre Haare. Ich denke immer, da ist ein Gegner hinter mir. Ne, das geht nicht. Also, ich gehe mal ein Stückchen vor. Ich weiß, dass da drüben drei sind. Und, ähm... Hier oben irgendwo war so ein ganz fetter. Da kommen sie. Da kommt einer. Ich schau mal. Ob es was bringt. Und ich stelle mich dahinter und schieße. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Was? Ich bin doch total leise. Das empfinde ich jetzt echt als Beleidigung. Ich gebe mir sauviel Mühe gerade. Wirklich. Warte mal. Da ist einer. Kommt der jetzt? Scheiß Viecher, echt. Da ist einer. Da ist einer. Ich kann die ja mal hier so durchlocken. So komisch. Dieses Mal kommen die gar nicht. Jetzt kommt der Fette. Kacke. Ach komm. Wieso geht der wieder? Vielleicht kann ich ja erst die anderen killen. Dass die mich nicht auch noch nerven hier. hat mich der Große gesehen? Schwäche ist Blitz. Das ist gut. Dann lasse ich ihn durch die Falle laufen. Vielleicht kommt er ja jetzt. Das ist der Kleine. Okay. Komm, komm, komm. Ah. Schmeiß mich halt runter. Was, mein Winkel ist nutzlos. Lass es mich halt versuchen. Das geht halt gerade leider nicht anders, wenn ich nicht sterben will. Winkel. Außerdem ist es halt ein Spiel. Es kann ja sein, dass ein Winkel, der in echt nicht geht, vielleicht im Spiel trotzdem geht, dass ich halt irgendwo durchschießen kann. Das erhoffe ich mir halt einfach, ne? Jetzt komm halt mal mit. Blödes Mistviech, echt. Ich hab hier ein paar schöne Fallen für dich. Komm. Lauf mal bitte hier rein. Jetzt kommt der. Ist der Falsche. An den möchte ich meine Fallen nicht verschwenden. Aua. Jetzt ist der in eine rein. Ich will nicht sterben. Ich hab Angst zu sterben gerade. Ich gucke jetzt, ob ich mich an dem vorbeischleichen kann, glaube ich. Wo muss ich denn hin? Ich muss da hoch. Das wäre geschafft. Der hat mich jetzt schon wieder gecheckt, ne? Ich laufe nochmal hinter zu meinen Fallen. Mal gucken. Und vielleicht... Oder warte mal. Vielleicht kann ich ihn doch einfach austricksen. Ich geh ihn jetzt mal aus dem Weg. Ich glaube, es passt. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Ich weiß, ich bewege meinen Kopf immer mit. Gerade wenn es so spannend ist, wenn ich überhaupt nicht weiß, ob ich da hinkomme und so. Da mache ich immer irgendwie... Ich glaube, ich werde nicht mehr laufen. Ach. Voll angespannt. Weil man halt nicht speichern kann, ne? Okay. Oh Gott. Das wird ja noch lustig beim Boss, wenn du schon Probleme mit den Kleinen hast. Ach, wieso? Ich habe doch schon ein paar Bosse besiegt. Aber wie gesagt, ich habe seit ein paar Monaten nicht gespielt und bin einfach raus. Lass mich doch erst mal mich wieder einspielen. Hä? Hä? Jetzt ist mir aber warm geworden. Wieso drei Wochen einspielen? Ich spiele jetzt seit einer Stunde. Hä? Was möchtest du mir sagen? Oh Gott. Wie kommst du auf drei Wochen? Ich bin fast im Herzen. Aber ich finde es ziemlich cool hier unten. Ist hier wieder was, wo ich drauf springen kann oder soll ich einfach runter? Ich glaube, ich hätte auch irgendwo drauf gekonnt. Bis du es als Profi durchspielen kannst. Am besten Speedrun. Ich weiß gerade echt nicht, was du mir sagen willst. Naja. Ich soll mich jetzt drei Wochen einspielen, bis ich es als Profi spielen kann, oder wie? Gibt es überhaupt einen Speedrun von Horizon? Das würde ich echt gerne wissen. Das wäre, wenn es möglich ist, sicher ein cooler Speed. Ich hätte bestimmt auf einen von diesen Dingern dranspringen müssen. Macht nix. Habe ich wenigstens noch was gefunden. So. Witzige Dinger irgendwie. Noch mehr Kabel. Die aussehen wie Sehnen. Das ist total krass. Sehnen und Venen. Zwei Stunden, 40 Minuten ist der beste Speedrun von Horizon. Ah. Mit 100%. Krass. Wenn ich es durch habe, dann muss ich mir das anschauen. Sie werden also Maschinen gemacht. Sie werden aus Licht gesponnen. Krass. Ich fange aus allen Richtungen und Signale. Entladungsmast. Energie, Emissionsturm unbekannter Machart. Könnte Zugriff auf den Hauptprozessor der Anlage gewähren. Freundliche Maschine. Feuer, Brüllrücken. Entladungsmast. Entladungsmast. Okay. Jetzt bin ich runtergefallen. Toll. Macht nix. Ich wollte eh runter. Das ist aber keine freundliche Maschine. Ey, du blödes Mistviech. Jetzt will ich aber nicht hier sterben. Ganz ehrlich. Weißt du, wie kacke das wäre? Noch einer? Nach dem, was ich gerade hinter mir habe, will ich jetzt nicht wegen dem kleinen Popel da sterben. Ah. Ich würde hier ja echt gerne mal so ein Feuerchen anmachen und speichern. Da geht's nicht. Ich schaue mich jetzt erstmal ein bisschen um hier. Nicht, dass ich hier noch eine böse Überraschung bekomme. Aber taugt mir, wo ich gerade bin. Da komme ich nicht durch. Da geht's hoch. Na. Da stand ja gerade noch freundliche Maschine aber ich glaube so freundlich ist die nicht Oh, was konnte ich da überbrücken? Ich konnte irgendwas überbrücken Fuck Okay, das Einspielen muss ich wohl jetzt tun Tod Nummer 1 Ja, also jetzt wenn ich sterbe glaube ich schon, dass ich wieder da bin, wo ich gerade eben war Mal schauen, ob ich schnell trinken kann Ah, okay Das sah schon so aus wie so eine Kampfarena hier Ja, da habe ich leider keine mehr Ähm, wie soll man denn da eigentlich runterkommen? Abseilen Halt Hier Oh Mann Die zwei habe ich gerade total vergessen So Ähm, nochmal eins nehmen und Warte mal Was war denn das hier? Könnte mir das sogar was bringen gerade? Feuerschutzgewebe Ich glaube, das ist gar nicht so blöd Vor allem, die schießen ja immer mit Feuer Jetzt gehe ich mal da hoch und dann schaue ich mir das mal an Ähm, herstellen Ähm, herstellen Outfit 14% habe ich gerade 27% Ja, das ist schon gut Ich glaube, das nehme ich auch direkt Ich glaube, das nehme ich auch direkt Sehr selten ist das auch Hallo Plätze Und tschüss Plätze Ähm, habe ich nichts, was ich noch herstellen kann Was mir gerade helfen kann Feuerpfeile Feuerpfeile Doch, neun Und wo sind die? Schockdraht Damit habe ich sie übrigens vorhin verwechselt Ist mir gerade aufgefallen mit den Schockfallen Tja Irgendeine Idee Mal gucken Nicht die Drahtseile Die Drahtfallen Siehst du, jetzt hast du es auch verwechselt So ging es mir nämlich auch Ah, das ist doch scheiße Schau mal Ich bin fast tot Ich habe gerade gar keine Ahnung Wie ich den besiegen soll Ehrlich gesagt Fuck Boah Shit Entschuldigung Ich bin ans Mikro gekommen Ich bin nur leicht panisch Nur ganz leicht Ey Witzig Ja genau Hä? Der Boss ist mega doof Ich denke, das kann man beinahe Insta-Kill nennen Ja Anderer Spielstand Und später nochmal kommen Ich kann mich wahrscheinlich sogar auch raus teleportieren Ich verstehe nur nicht, wieso dann da stand, dass ich den besiegen kann Stell ich mich gerade so doof an oder schaffe ich den einfach noch nicht? Nee Schnellreise geht leider gar nicht Stufe 12 Stufe 12 wäre meine Hauptquest Und das hier ist Stufe... 18 Scherben Wo steht denn was ich... was oben rechts? Ach da, Stufe 13 Ja Und das ist Stufe 8 Also das muss ich schaffen Ich stelle mich gerade nur doof an Am besten leveln und Ausrüstung zulegen Bessere Hm Ich will den aber schaffen Ich will den jetzt schaffen Was habe ich denn hier? Ich habe... Hier so Sachen Ich weiß gar nicht, was das alles ist Wo kann ich mir das anschauen? Inventar Waffen Guck mal, guck mal, guck mal Ich habe den Speer Ich habe den Bogen Und ich habe die Stolperfalle Aber die hat sie irgendwie gerade nicht mehr Okay Gewöhnlich, ungewöhnlich Modifikationen Rohstoffe, Schatzkisten Schockfalle Fallen oder Trankbeutel ist voll Äh Wo sind meine Schockpfeilen hin? Schockpfeil Ja Das wäre genau das richtige Gegen das Viech Verursacht bei Aufprache Geringen Schockschaden Ja, und wie kann ich den ausrüsten? Liebes Spiel Warte mal Jetzt kann ich das Schockfalle Okay Die ist also auf der Seite drin Sprengfalle Sprengfalle Stärkungstrank Gesundheitstrank Feuerwiderstandstrank Den sollte ich auch trinken Gegen Gift Und Eiswiderstand Okay, also ich sollte Das Gelbe trinken Und Ähm Diese ganzen Pfeilen Einfach komplett aufbauen Und versuchen Ob ich Runterfalle erstmal Ganz toll gemacht Ähm Nicht den Feuerpfeil Sondern den anderen Möchte ich bitte herstellen Oder ausrüsten Ich habe ihn ja schon hergestellt Keine Waffe Wieso nicht Wieso nicht Okay, also die Feuerdinger Machen denen glaube ich Sogar weniger Schaden Aua, aua, aua Warum liegt denn der jetzt auch so nah da? So Total blöd So Ich habe noch mal was bekommen Jetzt können wir noch mal gucken Oben auf die Falle klicken Du hast 9 von 9 Ja Aber wie kann ich es ausrüsten? Das war jetzt meine Frage Ich schau mal Ob vielleicht der Bogen Irgendwie noch mehr Schaden machen kann Das Viech reagiert ja auf Ähm Blitz Ne Was hat der gerade? Handhabung 36% Und Schaden 7 Und Feuer Ich glaube Feuer Ich glaube Feuer macht dem gar nichts Machen wir lieber mal auf Schaden Der höchste Schaden hier wäre 10, 11, 13 Und dann nehme ich das Und dann nehme ich das Feuerschutz Ja, den brauche ich hier eh Big Wecan Beast Vielen Dank für deinen Follow Dankeschön Verderbnis Verderbnis Tarnung Eisen Nahkampfverderbnis Ja, da ist schon Feuer am besten Die fallen Schockfalle Schockfalle Wo habe ich die? Muss ich echt nochmal suchen Ne, ich will ihn auch nicht mit Feuer bekämpfen Ich will ihn mit Ähm Blitz Ich mache hier nur voll Dass ich einfach alles habe Schock Schock heißt es genau Nicht Blitz Gesundheitstrank Widerstand Schockwiderstand Gegen Gift Also Feuerwiderstand Trinke ich auch Hier kann ich aber auch noch Jägerpfeil und Feuerpfeil Ich finde das ein bisschen komisch Ha Wisst ihr, was ich meine? Hier Im Inventar Sau komisch Habe ich nämlich bei den Munitionen hier Bei den Pfeilen Habe ich hier einen Schockpfeil Aber ich kann ihn gar nicht ausrüsten Und er wäre jetzt gerade super Verstehe ich nicht So, ich schaue mal Ob ich das jetzt einfach Hier irgendwo schon mal hinlegen kann Und Fertig Ah Okay Dann baue ich schon mal ein paar auf Auf meinem Weg gerade dahin Der wird wahrscheinlich eh hier irgendwo runter gehen Ich glaube das geht nur mit bestimmten Bogen Ah Das kann sein Ja Blöd Ich glaube das ist es Ich glaube das ist es Ich glaube das ist es Vielen Dank.